Herzlich willkommen vor allem meine Damen. Schön, dass Sie mit dabei sind heute Abend bei einer absoluten Premieren-Show. Silvia Speidel, Lingerie pur, haben wir heute zum allerersten Mal hier. Und das Haus Speidel steht ja für Tradition. Seit über 60 Jahren gibt es diese hochwertige Wäschemarke. Und Silvia Speidel, das ist die Schwiegertochter des Unternehmers und die hat eine ganz besondere Linie gegründet. Und die wollen wir Ihnen heute mal ein bisschen genauer vorstellen. Ich freue mich riesig, dass Sie mit dabei sind. Und ich freue mich natürlich auch riesig, dass an meiner Seite ist die Britta Langkamp. Weil sie hat eine... Schön, oder? Richtig schön. Und das war so ein kleines Schmankerl. Wir schauen in eine Vorschau, was unter anderem natürlich mit dabei sein wird in dieser Premierenstunde. Wir haben viel für Sie vorbereitet. Wir gehen so quer durchs Komplett. Wie gefällt Ihnen die Kollektion? Der Name Speidel, ich glaube, der ist uns allen ein Begriff. Das findet man ja im hochwertigen Fachhandel auch, exklusiv im Teleshopping-Bereich, nur bei uns bei QVC. Ja, und warum ich heute einen Durndl anhab, erklärt sich vielleicht auch, weil viele fragen, was ist da los? Gucken Sie mal, wir haben hier gleich noch eine wunderschöne Premiere, schon um 20 Uhr. Sascha und ich werden Ihnen Tom Hill präsentieren. Das ist Trachtenschmuck, der aber... Also gleich um 20 Uhr die Premiere. Jetzt schauen wir nochmal aufs Hemdchen aus. Ja, und hier bei uns haben wir Silvia Speidel, Lingerie pur, exklusiv im Teleshopping-Bereich. Und wir gucken schon wieder auf eine Linie, wo die Juniorchefin, also die Schwiegertochter gesagt hat, ich darf mich jetzt mal so ein bisschen austoben. Ich darf jetzt auch mal so ein bisschen verrückter werden. Hier haben Sie wirklich ganz raffiniert mit dieser breiten Spitze. Ein absolut schickes, elegantes, verführerisches Top. Gucken Sie mal, wie schön die Spitze hier über den Brustansatz drüber geht. Und es ist völlig risikolos. Ja, Sie hören richtig, Selbstwäsche. Selbstwäsche ist völlig risikolos. Die können Sie zu Hause probieren. Sie haben 30 Tage Zeit in Ruhe, dass alle sich nochmal anschauen. Und ich bin mir sicher, Sie werden absolut begeistert sein. Das ist QVC. Das ist die Kollektion, die wir Ihnen hier von Silvia Speidel vorstellen. Und die Slips haben noch was...